Hallo meine lieben Kartoschkas. Wir stellen euch ganz kurz unseren Kanal vor. Der Kanal besteht aus zwei Personen, mir, dem Walim und Dennis. Auf unserem Kanal findet ihr zum einen Montagen, Let's Plays, Edits, Funny Moments und mehr. Es Plays werdet ihr sehen von verschiedenen Spielen, wie zum Beispiel Speedrunners, Castle Crashers, Third Person Shooter wie Red Faction und Sniper Rated Zombie Army 2. Kommen wir zu den Funny Moments. Von Roll bzw. League of Legends werden Funny Moments kommen. Ebenfalls von Speedrunners, Castle Crashers 2 und Garry's Mod. Wir hoffen ihr findet Gefallen an unserem Kanal und verpasst nicht das noch heute kommende Video. Diesem Satz verabschieden wir uns. Bis dann. Euer Kartoschkas Euer Kartosch